Herzlich Willkommen, ich bin Dr. Michael Krämer, Facharzt für Plastische Chirurgie. Heute möchte ich meinen neuen Kanal vorstellen und erklären, was man auf diesem Kanal erwarten kann. Mehr dazu gleich. Noch einmal herzlich Willkommen auf meinem Kanal Dr. Krämer Talk. Zunächst einmal vorab ein paar generelle Dinge. Es soll hier wie auf vielen anderen beliebten Kanälen auf YouTube, Twitch und anderen Plattformen üblich die Du-Form, also in der Mehrzahl, dass ihr verwendet werden. Das unterscheidet sich natürlich von der üblichen Ansprache in einer Arztpraxis oder Klinik, schafft aber gerade auf einer Videoplattform, auf der der Arzt-Patientenkontakt nicht persönlich, sondern aus einer gewissen Anonymität heraus erfolgt, eine einfach direktere Ansprache der Zuschauer bzw. User. Mein Kanal behandelt in informativer, aber auch unterhaltsamer Form das Fachgebiet der Plastischen Chirurgie, insbesondere das der Ästhetischen Chirurgie, also der Schönheitschirurgie und befasst sich aber auch mit anderen Themen aus dem Bereich Beauty und Wellness, sowie mit allgemeinen Gesundheitsthemen. Angeregt durch Fragen meiner Patienten, sei es in der Praxis oder auch im Rahmen von E-Mail-Anfragen, aber auch durch Gespräche mit Mitarbeitern in Praxis, OP und Klinik und Austausch in der Familie und im Freundeskreis, kann ich zu vielen interessanten Fragen Antworten geben und Behandlungen sowie typische Abläufe in verständlicher Art und Weise erklären. In diesem Zusammenhang habe ich es mir seit Aufnahme meiner Praxistätigkeit im Jahr 2002 zur Gewohnheit gemacht, kein medizinisches Fachchinesisch zu sprechen, sondern alles in für Patienten und medizinische Laien verständlicher Sprache zu erklären. Ich plane regelmäßig, mehrfach pro Woche Videos einzustellen und freue mich natürlich auf thematische Anregungen von den Usern. Benutzt bitte dafür die Kommentarspalten unten, um mir Fragen zu stellen oder interessante Vorschläge zu machen für weitere Videos. Wenn genügend interessante Fragen zusammengekommen sind, sollen diese regelmäßig in kurzer Form beantwortet werden. Ich freue mich auf eine rege Interaktion mit meinen Zuschauern, denn erst dann macht es Spaß, Videos zu drehen und anzuschauen. Des Weiteren werde ich anhand von anschaulichen Bildern und kurzen Videoclips typische Behandlungen erklären. Ein besonderer Platz wird aber auch der Hinweis und die Erläuterung von möglichen Risiken sein. Ich freue mich, wenn dieser Kanal von vielen Usern abonniert wird. Darum lasst bitte gerne ein Abo da und klickt auf das Glockensymbol, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Wenn Interesse besteht, können künftig auch Livestreams durchgeführt werden, bei denen Zuschauer in die Sendung geholt werden und Fragen beantwortet werden. Eine Sache noch zum Schluss. Die Sendungen auf diesem Kanal dienen zur unterhaltsamen Information. Sie ersetzen aber selbstverständlich keine Beratung und Untersuchung bei einem Arzt. Was ich sage, sage ich Stand 2020 nach nunmehr 18-jähriger selbstständiger Praxistätigkeit, nach bestem Wissen und Gewissen, anhand des mir bekannten aktuellen Stands der medizinischen Wissenschaft, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Dass es andere Meinungen und Wege gibt, wie man Dinge behandelt, liegt in der Natur der Medizin. Daher werde ich auf diesem Kanal keine Aussagen anderer Ärzte kommentieren. Wenn ihr von meinem Kanal andere Informationen entnehmt, als ihr von eurem behandelnden Arzt bekommen habt, bitte besprecht das mit ihm oder ihr. Ich freue mich jetzt, wenn euch mein Kanal gefällt und wünsche nun gute Unterhaltung.